Also ich bin der Dominiko Sappel. Ich bin Geschäftsführer, einer der Geschäftsführer von WS Maschinenverleih GbR. Und wir befinden uns jetzt hier in Bruckmühl. Mein Geschäftspartner, der hat bereits seit vielen Jahren auch eine Firma, wo er eben auch Baumaschinen vermietet, seit neuestem jetzt auch eine Betonmischanlage sich angeschafft hat. Und die hat er eben bei NB Baumaschinen, bei dem Niklas, hat er die erworben von einem Jahr. Ja, jetzt ist es einfach so, dass er gesagt hat, schau mal, was die da so haben. Und das war tatsächlich Allerheiligen. Das war am Feiertag. Und dann hat der Niklas gemeint, ja, ich bin sowieso im Büro. Ich muss noch ein paar Dinge erledigen. Ich muss noch was abarbeiten. Und dann kommt sie einfach vorbei. Und ja, so religiös wie wir sind beide, Christian und ich, sind wir dann einfach da hingefahren. Haben verschiedene Sachen angeschaut bei der Firma NB Baumaschinen, was sie so alles im Sortiment haben. Und haben dann natürlich auch den separater vorgestellt bekommen von dem Niklas. Und wir wollten ihn eigentlich gar nicht mitnehmen. Das war eigentlich gar nicht der Plan eigentlich. Aber wir haben dann tatsächlich entschieden, okay, den nehmen wir gleich mit. Wir haben dann alles bekommen dazu, die Schläuche, die Aufnahme dazu. Und dann haben wir den einfach mitgenommen. Und die Abwicklung war super. Also wirklich super, super, super. Siebbar ist im Endeffekt alles, was nicht irgendwie nid- und nagelfest ist. Das heißt, angefangen von Hummus über hin zu Kies, Erde, Sand, alles, was im Endeffekt aus irgendeinem Grund irgendwo gesiebt werden sollte, kann man mit diesem Gerät durchsieben. Unser Ziel ist es natürlich, mit diesem Produkt den Privathaushalt anzusprechen. Das heißt, wenn am Grundstück sozusagen, im privaten Grundstück irgendwelche Umbauarbeiten stattfinden sollen oder der Rasen neu gesät werden soll oder einfach was ausgegraben werden soll und man möchte das Schüttgut sozusagen dann nicht teuer irgendwo abkippen, sondern möchte das selbst recyceln. Dafür ist die Maschine einfach top. Und von allen Dingen möchten wir auch die gewerblichen Betriebe ansprechen, wie Garten, Landschaftsbau. Das ist eigentlich der Schwerpunkt. Und auch andere, natürlich Gewerbebetriebe, für die sowas in Frage kommt. Mit der bisherigen Erfahrung, man muss dazu sagen, wie gesagt, dass mein Kollege ja bereits schon einige Maschinen mehr gekauft hat bei MB Baumaschinen. Jetzt ist es unser gemeinsames erstes Projekt, also diese Separatorschaufel. Und ja, cooler Kontakt, coole Abwicklung. Der Service ist gut, also so wie ich mir das vorstelle einfach. Und ich gehe fest davon aus, dass es nicht das letzte Gerät sein wird und die letzte Maschine sein wird, die wir von MB Baumaschinen erwerben werden.